Kapitel 9 Die zynische Vereinbarung Abgereist war dieser Groudon also. Das passte ja gerade sehr gut in das Weltbild des Elementarer. Und war dementsprechend verdächtig. Allerdings bemerkte auch Funkenherds Mutter das Misstrauen der Reisenden. Sie sagt die Wahrheit. Es ist keine Seltenheit, dass Groudon einfach loszieht. Dementsprechend können wir euch auch gerade nicht zu ihm bringen. Also, wenn das dann klargestellt ist. Ich habe wenig Lust euch zu helfen, aber selbst wenn ich mich dem Druck hingebe. Ich kann euch nicht helfen. Genau wie der Rest des Stammes. Dementsprechend könnt ihr jetzt unser Territorium verlassen. Dieser Trip war alles andere als eine Hilfe gewesen. Aber Flamme war schon positiv überrascht, dass es schien, als würde zumindest kein Schaden als Resultat verbleiben. Soll allerdings machte eine Feststellung, die zeigte, dass dieser Umweg noch nicht am Ende war. Wir werden aber am Rande des Territoriums verweilen. Zwar werden wir Groudon suchen, aber hier ist der Ort, an dem wir ihn irgendwann finden werden. Er wird schließlich irgendwann zurückkehren. Allein der Gedanke machte die Stammesführerin sichtlich unruhig. Je nach, könnten diese Mann so weit reisen, wie sie nur wollten. Hauptsache weg. Allerdings zu wissen, dass der Feind so nahe bleiben würde, gerade außerhalb ihrer Sicht, störte sie enorm. Aber gleichzeitig, das wusste sie auch. Sie hatte kein Recht, die Reisenden weiter als bis zu den Grenzen des Gebietes des Dorfs zu schicken, ohne dabei weiteren Streit anzuzetteln. So nahe wollt ihr bleiben? Nein, so nicht. Wie soll ich denn eine ruhige Nacht verbringen, wenn ich euch so nahe weiß? Wir werden aber bleiben. Das werde ich wohl nicht verhindern können. Aber wenn ihr bleiben wollt, dann im Dorf. Wenn ihr schon im Umkreis bleiben müsst, dann will ich euch auch in meinem Sichtfeld haben. Wir können aber nicht im Dorf bleiben. Wir warten nicht schlicht auf Groudons Rückkehr, wir werden uns selber auf die Suche machen. Nun erst mischte sich Funkenherz wieder ein. In einen Streit zweier Parteien, welche sie am liebsten irgendwie beide unterstützen würde. Wie wäre es denn dann mit einem Kompromiss? Vom Abend bis zum nächsten Morgen halten sich die drei hier im Dorf auf. Direkt in Sichtweite über die Nächte. Und über den Tag hinweg suchen sie in dem Radius, den sie so erreichen können. Eigentlich müsste damit doch jeder zufrieden sein. Müsste ich das? Für mich hört sich das Ganze so an, als wäre deine Idee schlicht, dass ich den Mondar ein Nachtquartier gebe, um sie auf der Reise zu unterstützen. Eine Win-Win-Situation, bei der aber beide Wins an ihrer Seite des Deals sind. Aber das war doch gerade, was du wolltest. Dass die drei nicht unbewacht in der Nähe des Dorfes herumschleichen. Suchen werden sie sowieso, das weißt du selber. Du hast nur die Wahl, ob die Suche unter deinem Radar oder völlig außerhalb deiner Kontrolle stattfindet. Was das Luxio hier sagt, war keine Lüge. Am liebsten würde Evi ihnen die Suche nach Groudon natürlich verbieten. Aber, wie sollte sie das? Und mit dieser Abmachung könnte sie die Lage im Blick behalten, während sie weiteres Vorgehen plante. Na gut, meinetwegen. Also ihr drei, so sieht der Deal aus. Ihr bekommt ein Quartier für die Nacht und werdet über den Tag nicht an eurer Suche gehindert. Zudem seid ihr direkt an jenem Ort, an dem Groudon wieder auftauchen wird. Im Gegenzug dafür verlange ich aber auch Klarheit. Heißt, seid ihr zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang außerhalb des Dorfes? Dann braucht ihr nicht zu versuchen zurückzukehren. Ihr würdet als Feinde behandelt werden. Auch außerhalb dieses Territoriums. Außerdem gelten in diesem Dorf meine Regeln. Und solange ihr hier seid, befolgt auch ihr diese Regeln. Also, haben wir ein Deal? Nichts ist verhandelbar. Außer ihr wollt für euch selber noch Nachteile in den Deal einbringen. Wollt ihr in die andere Richtung verhandeln? Dann lasst es, sonst bekommt ihr gar nichts. Flammes Antwort war zunächst nichts, als ein misstrauischer Blick. Bevor er eine sehr diplomatische Antwort gab. Wir werden uns erst einmal beraten. Diplomatisch, ja. Aber angebracht... Darüber gab es scheinbar zwei verschiedene Meinungen. Ich warte jetzt nicht, bis ihr euch rumgestritten habt. Also, wollt ihr eine Kooperation unter Bedingungen oder eine Feindschaft? Darüber solltet ihr nicht diskutieren müssen. Und doch machst du klar genug, dass du uns nicht vertraust. Wie sollen wir dann wissen, dass du dein Wort hältst? Das könnt ihr, weil ich darauf achten werde. Na gut, dann haben wir ein Deal. Mit neutralem Ausdruck warnte sich Eevee ab. Und sprang wieder auf halbe Höhe zu jener Einhöhlung, aus welcher sie anfangs aufgetaucht war. Von dieser erhöhten Position richtete sie sich wieder an die Pokémon auf dem Platz. Gut, dann gebe ich euch einen Schnelldurchlauf der Regeln hier. Hört gut zu. Ich werde mich nicht wiederholen. Erstens. Wenn eine Entscheidung über etwas von Nöten ist, was mehr als ein Individuum oder in eurem Fall eure Dreiergruppe betrifft, dann werde ich an der Entscheidung beteiligt. Allerdings nur, wenn ich mich im Offenen befinde. Solange ich in meinem Heim bin, hat mein Bruder das Wort. Es sei denn, ich sage anders. Damit kommen wir auch zur zweiten Regel. Meine Höhle ist für euch völlig tabu. Wenn ich nur einmal sehe, dass jemand von euch sich näher befindet, als am Fuß dieses Felsens, dann ist der Deal vorbei. Ohne jede Debatte. Regel 3. Verpflegt euch selber. Unsere Nahrung ist unsere Sache. Und eure ist eure. Der Fluss hat sauberes Trinkwasser. Dieser ist auch euch zugänglich. Es ist ein Fluss. Regel 4. Ihr steht für euch. Heißt, niemand wird euch bei eurer Suche helfen. Niemand. Und damit meine ich auch keine Freiwilligen. Dem letzten Satz folgte ein wissender Blick auf Funkenherz. Ihr werdet in diesem Dorf aufgenommen. Aber nicht als Bewohner. Sondern als Besucher. Und glaubt nicht, dass ihr meine Regeln umgehen könnt, nur weil ich gerade nicht anwesend bin. Jedes einzelne Pokémon wird Augen und Ohren offen halten. Und mir berichten, wenn ihr auf dumme Ideen kommt. Unser Deal hält so lange, bis ihr eine Bedingung brecht oder bis sie Groudon begegnet. Egal ob nach seiner Rückkehr an diesem Ort oder wenn ihr ihn findet. Irgendwo anders. Wobei ich realistisch bleibe. Ihr findet ihn nicht. Unterschätzt uns nicht. Ich rate euch dasselbe. Gerade gebe ich mich dem Druck hin. Und unterstütze euch bedingt. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Glaubt nicht, dass ihr eine Chance hättet. Sollte es auf einen Konflikt ankommen. Und was euch wohl noch wichtiger ist. Glaubt nicht, dass Groudon euch nur ein Wort verraten wird. Wenn ihr gegen unsere Regeln agiert. Er ist einer von uns. Und handelt dementsprechend nach dem Willen der Mon des Stammes. Also. Damit sind hoffentlich alle Fragen geklärt. Die Sonne nähert sich bereits dem Untergang. Ich rate euch also heute von einer Reise ab. Und behaltet meine Worte gut im Kopf. Ohne überhaupt auf mögliche Fragen zu warten. Wandte sie sich um. Aber nur um Sekunden später erneut aus ihrem Heim heraus zu blicken. Funkenherz, Bulbi. Ihr beiden kommt her. Wir haben noch zu reden. Nun. Zog sie sich zurück. Dieses Mal ohne erneutes Hervorblicken. Der Aufforderung folgend. Zogen auch Funkenherz und ihre Mutter sofort nach. Wobei sich die Reisenden alleine auf dem Dorfplatz zurückgelassen sahen. Noch schneller hätten die Mon uns nicht abwürgen können. Oder? Was genau sollen wir jetzt tun? Wo sollen wir vor allem hin? Sie fragen gehen es ja scheinbar außer Frage. Und nach ihrem Vertreterfragen geht schwer, wenn unser einziger Hinweis ihr Bruder ist. Glaubt sie, wir kennen hier die Mon oder was? Auf dich sollen wir also hören, wenn sie nicht da ist. Also, wenn es mal etwas gäbe, bei dem ich etwas anweisen würde, dann ja. Aber für gerade... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Evie irgendwas bestimmtes für euch geplant hat. Wenn nicht, dann könnte ich euch einen leeren Fels zuteilen. Dann passt das doch. Bring uns hin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Evie etwas anderes vorhatte. Und ich würde sie ungern gerade stören. Ich will wirklich nicht, dass irgendwelche Probleme entstehen, weil ich vorschnell helfen will. Wenn sie sich nicht selber drum kümmert, dann ist es ihr entweder egal oder sie muss sich drum kümmern. Was ist denn sonst der Plan? Uns hier rumstehen lassen, bis sie da irgendwann fertig sind. Das stimmt auch irgendwo. Also gut, ihr wartet hier erstmal. Ich gehe sie fragen. Aber denkt an die Regeln. Gerade an die ihres Hauses. Sie kennt keine Gnade, wenn es um den Schutz geht. Ohne weitere Worte kletterte das Vollie-Purba, welches sich als Blatt vorgestellt hatte. Ebenfalls hinauf auf den kleinen Hügel. Vom Platz aus hörte man bloß, dass es Lärm gab. Was genau dieser Lärm war, blieb allerdings unklar. Bis nach Momenten, dass Vollie-Purba zurückkehrte und herabsprang. Also, ihr wird angewiesen, dass sich ein Fels hergerichtet wird. Bis das erledigt ist, sollt ihr draußen bleiben. Also, innerhalb des Dorfes natürlich, weil ihre Regeln. Mein gut gemeinter Rat wäre, dass ihr es euch da hinten. Mit der Pfote zeigte der Vertreter auf eine schattige Ecke. Wie es die meisten Ecken hier waren, zwischen den Felsen. Dass ihr es euch dort hinten bequem macht. Ihr habt bestimmt nach eurer Reise Durst und dort fließt der Fluss. Und es ist einfach eine ruhige Ecke. Ich werde jemanden vorbeischicken oder selber vorbeikommen, wenn der Fels bereit ist. Den Worten des Pflanzen-Pokémon wurde Folge geleistet. Es schien grundlos dies nicht zu tun. Es war ziemlich deutlich, dass er bloß seinen Job machte, ohne in eine Richtung parteiisch zu sein. Zumindest in seinem Handeln. Zumal er nicht Unrecht hatte. Auch wenn der Wald angenehm kühl durch den Schatten war, welchen die Bäume spendeten, war der Wanderweg und der Streit anstrengend und langwierig gewesen. Und hatte viel Kraft gekostet. Also ließen sich die drei zunächst am Fluss nieder, um ihre trockenen Kehlen zu befeuchten. Wobei Flamme kurz etwas zögerte. Das Flusswasser floss zwar. Doch es war so ruhig, so ohne Wellen, dass es beinahe wirkte, als stünde es. Lediglich die Blätter, welche an manchen Stellen schwammen, bewiesen, dass dies nicht der Fall war. Und trotzdem befürchtete das Wulpix beinahel. Das Bild eines Sees eingebrannt in seinem Verstand. Dass sich die Wellen teilen und ein anderes Wesen offenbaren würden, wenn er denn nur einen Schluck nahm. Mit dem Wahn hatte er seit dem letzten Treffen überhaupt nicht mehr kämpfen müssen. Wohl auch teils durch seinen stark angestiegenen Teliziumkonsum. Doch dafür war er an dem Punkt angelangt, an dem er selbst der vermeintlich guten Seite seines inneren Zwiespaltes nicht begegnen wollte. Die Reise war weit vorangeschritten, seitdem Flamme zum letzten Mal mit Inferno sprach. Aber immer noch schienen die Gedanken wie festgesetzt. Also, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich viel von dieser ganzen Abmachung halte. Diese Eevee kann uns nicht leiden und glauben tut sie uns sowieso kein Wort. So selten das bisher auch war, ich muss dir zustimmen. Aber es ist nicht wirklich so, als hätten wir gerade Alternativen. Selbst wenn wir Groudon alleinig finden würden, er gehört auch zu diesem Dorf und steht deshalb unter Eevees Kommando. Heißt, wenn wir sie zur Feindin haben, dann erfahren wir kein Wort. Und du bist dir sicher, dass wir das so tun? Ich traue ihr nicht. Der einzige Grund, weshalb sie hier mitspielt, ist, dass Funkenherz und ihre Mutter scheinbar auf unserer Seite stehen. Habt ihr nicht mal genau zugehört? Der Deal endet, wenn wir Groudon begegnen, sagte sie. Nicht, wenn er uns den Weg gewiesen hat. Ich ahne schon ihren Plan. Sobald dieser Groudon auftaucht, sind wir laut Deal wieder Feinde. Auch des Dorfes. Sie will nur warten, damit sie noch einen Kämpfer mehr hat. Es ist nicht unmöglich. Aber gleichzeitig bietet es Optionen. Sie glaubt nicht daran, dass wir den Kerl finden. Wenn wir ihn also vor seiner Rückkehr finden und den Weg erfahren, bevor Eevee ihren Frieden zurücknehmen kann, dann kann sie uns nichts. Also wird es ein Rennen gegen die Zeit werden. Schönen. 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 Vielen Dank.